Ja, huhu hier wieder beim Koali und zu einer sehr traurigen Nachricht wahrscheinlich für viele von euch da draußen. Ich habe dieses Video sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich eigentlich keine richtigen Worte dafür finden kann. Vielleicht haben es die ein oder anderen schon bemerkt, es kommen keine neuen Folgen mehr von der Phileason Saga Runde und das hat halt den Grund, dass diese Runde nicht mehr stattfinden wird. Wir haben uns in der Spielerunde über die letzten Monate ein bisschen schwer getan mit der Runde. Der Spielspaß ist bei allem und jedem von der Runde ein bisschen auf der Strecke geblieben, aus den unterschiedlichsten Gründen und deswegen haben wir alle gemeinsam entschieden, dass wir die Runde nicht zu Ende spielen möchten. Wir hatten zuerst überlegt, komm, die Kampagne ist fast zu Ende, lass ihn uns noch irgendwie krampfhaft zu Ende bringen, aber haben dann letztendlich dann doch entschieden, dass es keinen Sinn macht, mit Gewalt irgendwie eine Spielrunde weiterzuziehen, die niemandem wirklich aus der Runde noch wirklich richtig Freude bereitet. Ja und deswegen wird es keinen Phileason Saga mehr geben. Wir sind eine der vielen Spielrunden, die es wohl gibt, die auf den Inseln im Nebel versumpft sind. Das Abenteuer hat so ein bisschen auch den Ruf da, dass die Kampagne hier zu Ende geht für viele Spielrunden, einfach weil es ja oft hier passiert, dass das dann irgendwann die Lust nicht mehr da ist. Wir haben ganz ganz lange gespielt an dieser Kampagne, haben viele viele Jahre sehr viel Freude daran gehabt, aber irgendwann entwickelt man sich weiter oder in andere Richtungen und dann ist es irgendwie konsequent, hier auch einen Schlussstrich zu ziehen und nicht irgendwas noch zu erzwingen. Es tut mir leid für alle, die die Fans der Runde waren oder sind. Die Videos bleiben natürlich online und ich bedanke mich bei allen für den tollen Support und für das Mitleiden und das Mitfiebern und das Mitfreuen an den vielen Spielrunden. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei allen MitspielerInnen, die diese Runde schon zu etwas Besonderem gemacht haben, denn nicht umsonst war sie so lange so konstant auch auf diesem Kanal vertreten. Und ja, besser so zu Ende, als dann nachher irgendwie, dass es irgendwie schlimmer wird oder so. Wir gehen alle halbwegs in Frieden auseinander mit der ganzen Situation und ich hoffe, ihr da draußen auch. Es wird ein neues Projekt geben auf dem Kanal und da könnt ihr euch überraschen lassen. Irgendwann in den nächsten Wochen wird es dafür neue Infos geben und seid gespannt. Vielleicht gibt es ja was ähnliches wieder auf diesem Kanal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Tschüss.